Kapitel 4 abgeschlossen. Sehr sehr schön. Oh. Puh, 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 Puh. 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 Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. 34. Ugo? Wach auf! Komm, Ugo. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Achvedukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Chateau Dombranche ein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Ugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Kommt her, Fröschenlein, es sind so viele. Frischling. Okay. Oink. Naja, wenn er zu weit weg geht, kann man einen Stein in die Hand nehmen und ihm das Ding an den Kopf feiern. Vielleicht. Wo bleibst du hier? Go, du kleiner Scheißer. Hey, seht mal, ich bin ein Ritter. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Ugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin. Los, weiter. So eine Leine könnten wir echt benutzen. Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Ja, sorry. Ich musste halt auch mal furzen. Unglaublich. Muss man gleich ein Thema draus machen? Hey, was macht ihr da? Ja, das ist ein Kind. Ein nerviges kleines Kind. Das ist seltsam. Was ist das? Boah, das stinkt. Es kommt von da drüben. Amicia, Lukas, komm schnell her. Hahaha. Oh. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über Situ überlaufen? Ja, Ugo. Einfach nur Manny. Wir haben keine Wahl. Mh, geil. Geh einfach weiter, Ugo. Los. Ah, so ein richtig schöner Leichenteppich. Mh, nein. In der L heißt es ja, Manuel. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestand. Kauf auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Oh, das Pferd. Oh, nein. Die Ratten, bleib weg von ihnen. Amicia, sie sind überall. Hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, wait. Manfred. Das war der Spitzname meines ersten AP-Characters. Ich habe ja Alkohol gefunden. Ich habe nur kurz getrunken. So, ähm. Oh, nice. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja, gewiss. Ja, habe ich gemacht, ja. Ich hätte nicht gesagt, dass das so schwer ist. Oh. Trinken, okay. Okay. Ich kann nicht, Amicia. Meine Güte. Ja, gut, dann. Kannst du mir helfen? Gut. Genau, erstmal ein bisschen vorglühen. Kannst du das übernehmen? Los jetzt. Warum nimmt er nicht gleich mehr Stöcke mit? Hier, bitte. Au. Meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Pussy. Gut gemacht, ihr beiden. Er ist ein Junge. Er ist ein Junge. Amicia. Seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Nicht kommen, Tag. Lecker Schmecker. Und das ist unsere Chance. Die sind halt wirklich nur am rumlaufen. Äh, Ignite. Wir setzen fest. Für gute Alkohol. Ah, jetzt habe ich es verschwendet. Verdammt. Komm, Junge. Komm, Junge. Headshot Elvira. Wieder am Start. Bevor wir weitergehen, gehe ich mal kurz nach oben. Komm, hoch mit dir. Bestimmt auch ein paar Sachen, die wir looten können. Taktisches Rumlaufen. Ja. Halt, stopp. Dankeschön. Und geil, noch mehr. Oh. Hm. Folge mir. Ja, gewiss. Oha. Okay, so. Ich kann trotzdem noch nichts, äh, craften. Wir nehmen uns hier den Stock mit. Und, äh, wait. Oh. Oh. Oh nein. Soldaten. Oh. Krieg ich von hier nicht. Krieg ich von hier nicht. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf. Verbrenn dich nicht. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Schon wieder? Was war das? Das seht ihr. Süß. das ist eine kiste ja gewiss ja ja ich bin sie etwa damit nicht jeder kann sich hilf mir beim schieben nun denn ja 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 schön drüber fahren ja wir müssen ihn stehen lassen auch die nächste leiche zu stürzen leckerer den gulasch auf jeden die luft ist rein ja wir können hier nicht bleiben ja 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 Amicia, er sitzt in der Falle. Wir müssen weiter. Das war aber auch Zeit. Oh nein. Hey, was treibt ihr da? Tut mir leid, aber wir müssen hier raus. Amicia. Lasst mich nicht zurück. Ich flehe euch an. Bitte. Erstenszeit. Ugo, nicht hinsetzen. Es geht nicht weiter. No, 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 no. Komm. Oh, es ist angerichtet. Möchte noch jemand etwas Auge? Das noch ein Stück. Oh nein, die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter. Warum? Warum kann die die Fackel nicht in der Hand behalten? Sag mal. Mädel. Amicia, was ist denn hier los? Da, ein Soldat. Er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Können wir vielleicht? Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum. Du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Somnum? Oh, geil. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst? Lukas? Gut. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Na gut. Äh, ja. Ich habe schon überlegt, aber mir fällt nicht so richtig was Geiles ein. Gut, wir müssen uns anschleichen. Hä? Das sehe ich mir besser. Ähm. Schläft er? Ja. Kekse essen. Für eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Spar deine Punkte doch bis zu einer Million. Oder Döner. Hm. Cool. Ich lasse los. Achtung. Ich mich selbst auch nicht. Okay. Oh. Das musst du machen. Nein. Ich kann nicht. Ach, Kinder, ey. Jetzt, ey. Kannst du das übernehmen? Lübe da. Los, Ugo. Genauso. Gibt es ja. Ach so. Eigentlich wollte ich die bei so einem Spielen gar nicht drin haben, aber ich kann sie anmachen. Ähm. Pam, 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 pam. Di, 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 di. Ähm. Jo. Du, 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 du. Ach ja, ich muss ja hier rein. Du, 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 du morgen mal machen. Also ich habe rein theoretisch so Sounds, aber haben dich wirklich Bock bei solchen Spielen sowas einspielen zu lassen, gerade wenn ich es auf YouTube hauen will. Kannst du jetzt, sag mal, schieb deinen Arsch da jetzt durch. Oh, oder so? Schaffst du das? Jetzt bin ich mal gespannt. Echt jetzt? Gerade wenn es so atmosphärisch ist, finde ich das immer mehr störend als geil. Okay, Yuko. Holst du jetzt noch einen davon? Wenn du durch bist, dann gehen wir da rüber. Ohne Brille würde nicht viel bringen. So blind bin ich gar nicht. Okay, los geht's. Komm, stinke Hugo. Spiele würde ich für Subs machen, ganz einfach. Und dann verschwende ich dann meine Zeit für ein anderes Spiel. Ist das dein fucking Ernst, Junge? Kann ich den bitte da lassen? So grenzdebil kann man ja gar nicht sein. Oh. Das ist ja dumm. Wie viel hast du? Was meinst du? Oh Gott. Oh Gott. Das sah irgendwie, sah schon geil aus. Die Optrien? Keine Ahnung. Habe ich mir in den Kopf drum gemacht. Geht zum Augenarzt, da stellt mir einen Zettel und dann geht zum Dings. Anders aus. Dann hilft das. Ich habe hier auch irgendwo eine Karte rumliegen. So, dann machen wir hier. Lass dich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung. Durch der jetzt. Ach ja, stimmt. Igni. Schnups. Rande jetzt. Schaffst du das? Das ist auf jeden Fall nicht viel. Also ich könnte jetzt auch ohne Brille recht gut spielen. Tatsächlich. Und würde ich irgendwann Kopfschmerzen kriegen. Das musst du machen. So. Gucken, ob das jetzt funktioniert, wenn ich den Stinker dann zu mir rufe. Was machst du jetzt nicht ernst? Du bleibst nicht wieder stehen. Ich bin gleich wieder da. Bleib kommt her. Na gut. Okay. Ey das. Warum ist das so dumm gemacht? Denkst du du kriegst das hin? Unverträglich. Oh, okay. Was ist denn Kacklark? Mann, 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 Mann. Weiter jetzt. Ich hab's geschafft. Da können wir uns bei Ugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. So, was haben wir hier schönes? Nice. Wir können nichts aufrüsten. Ist egal. So schlimm ist es bei dir? Holy shit. Oh. Ne. Ähm. Was? Ähm. 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 Wuh. Ähm. Oh scheiße, weiteres Ding, zack. Mein Gott. Huch. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur so eine gewisse Unschärfe. Mehr nicht. Ruft er jetzt. Hm. Ja, fuck. Das ist ja kacke. Ah, ne ist es nicht. Zack. Ja, tote. Ja, spiel doch mal besser. Hä? Hä? Ich will doch bloß die diversen Tode zeigen. Was ist denn los? Ist doch sonst langweilig. Nein, 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 nein. Ganz wichtig, dass man so einen Tod zeigt. Der Tod funktioniert. Oh, das funktioniert. Oh, das funktioniert. Oh, das funktioniert. Da, auf dem Turm. Sind das etwa... Ja. Tote. Kannst du bitte schneller gehen. Wir sterben wieder. Wir müssen... Wir müssen... Scheiße. Oh mein Gott. Wir müssen den Typen noch an... äh, am Leben lassen. Ja, ich habe ein Feuer verschwindet. Hm. Funktioniert! Oh, wait. Scheiße. Jetzt habe ich den Stock in der Hand. Oh. Oh, wait. Scheiße, jetzt habe ich den Stock in der Hand. So. Jetzt gerade nichts machen. Ah! Aber sie... Sie brennt! Sie sind nicht hinbekommen. Der Burner. Der Burner. Mein Kopf! Die Makula! Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hügo? Hügo? Denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los. Wir suchen noch mehr von ihnen. Ja. Wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Ach so. Ja, einfach weggenagt. Sie sind hungrig. Und haben Eisenmangel. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute! Oh, 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 oh. Mal sehen. Au, aufgepasst! Da ist niemand! What the fuck? Kommen wir zurück? Wir können nicht zurück. Wir sind in der Falle. Geil. Ein weiterer Tod. Ich nenn ihn Get Whacked. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Hm. Nur Mut, Leute. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Kaieren gehört uns! Das war das Fingerrauen. Hm. Ich hätte schwören können. Edelstolzähne. Amicia, ich bin so müde. Ach nö. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na endlich. Kommt ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack! Das ist meine Schwester, Bastard! Jetzt lasst uns gehen! Ihr werdet uns auch nie wiedersehen, versprochen! Hey! Und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Jetzt! Ja! Auf ihn! Soldaten! Ihr gebt die Schwierigkeiten! Lass uns abhauen! Folgen wir ihnen! Da! Da! Sie fliehen! Da! Lass ihn liegen! Lauf weiter! Lauf! Amicia! Lass mich los! Uh! Wer ist immer weitergelaufen? Übersetzung! Du willst schon sehen?